Scheiße, jetzt hoffentlich kann ich das nur reinstellen, den letzten Teil, sonst muss ich den aufteilen. Ja, keine Ahnung. Okay, okay, okay. Hoffentlich kann ich die Teile reinstellen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Fahrstuhl, geh auf. Mein Mann, was für Fingerdi. Ja, High Faithy. Du kannst mit deinem High Faithy gestohlen bleiben. Ich bin Runner hinterherren. Okay. Ich bin Runner hinterherren. Scheiße. Dahinten ist der. Mein Gott. Oh, er wartet noch auf uns. Freundlich. Oh, zack. Ja, ja, warte ruhig auf uns. Nein, er wartet doch immer auf uns. Mensch, jetzt... Mach doch mal hinne hier. Hä? Oh. Nein. So, zum Geier ist der. Oh, hier. Super. Super. Ja, verdammt. Nur einen Moment. So, ich musste eben meine Nase putzen. Das hat bestimmt wehgetan. Vielleicht. Oh, das ist ja nicht gereicht. Ja, okay. Ich klettern ja da dran. Oh, meine Nase ey. Also, ich mach keine Aufnahmen mehr, wenn ich ergältet bin. So, das war das erste und letzte Mal. Ja, komm, wir klettern ja da drauf. Hui. Dann klettern wir einfach mal hier hoch. Da ist schon eine Rampe, mit ein bisschen Anlauf kommen wir dann auch nochmal. Ey, jetzt komm schon hier. Danke, komm. Äh, Alter. Und da sind wir auch, ja. Ja. Ich weiß, warum du hier bist, baby. Sag mir einfach, was Ticarus mit dem Bord an Punkt zu tun hat, Jack. Ich hab gehört, es war ein Kampf. Dann hast du was Falsches gehört. Was fühlt man so gut? Ro-Burn. Nun, eigentlich ist der nur ein Schräger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Ja, ich wünsche dich gute Jagd, Faye. Mh, ein Stück Fleisch. Ja, du bist klug, direkt zu Europa hinzugehen. Fertig nicht, ich geh zu Miller. Oh, Faye, was machst du bloß? Willst du im Projekt neu verzählen? Mach nicht, er ist immer noch ein Korb, egal was Kate bleibt. Wer ist dein Korb? Sehst du ihn? Ja, er geht zusammen wagen. Ich bin Kate, Kate's Schwester. Sie haben ihr eine Schwester erlebt? Ja, wir sind nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu ihm gehen, wenn das schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die von der Frau... Oh, das ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was ich sehe. Das war eine Feier, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Kind stellt mir verdammt unbequem vor. Und ich komme nicht mal in Ihren Weg. Lass Ihnen vielleicht den Begriff, ich habe uns besser. Wieso? Es wird hier erwähnt. Auch hatte das in der Hand. Vielleicht was an einem Tagebuch. Sie haben der Reise gestorben? Schöne ist alles, was er von mir hier bleibt. Und trotz Überlebung klappt sich lange beteiligt. Er hat sich verurteilt, dass man hier Todesurteilung ist. Ich nehme Sie nicht fest. Das bin ich kein Schuld. Aber eine Menge Leute wird übertrieben. Und das kann ich nicht sehen. Lagen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Warum? Weg diese. Weg ist sie. Und das... Scheiße Köln. Aua. 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 Und huii. Okay, ich stachle gerade so. Und... Immer an das klettern, was rot ist, weil das, was rot ist, ist richtig, denn das ist nicht daran erwischen und so, cool, war bei mir oder was? Okay, siehst du, da wird was rot und rot ist richtig. Scheiße, voll abgeschissen. Und zack. Goddammit. Was ist das für scheiß Drecken? Da lang? Muss ich nicht. Ich muss hier lang. Super. Tut sich am Zaun weh und ist dann so im Arsch. Dann mach ich's halt so. So, geht doch. Äh, ach so, doch, jetzt geht's weiter. Boom. Okay, hier abrollen wäre aber scheiße drauf gewesen, ne? Juhu, das geht weiter und das geht weiter und das geht weiter. Autsch. Autsch. Komm schon. Kletter hoch. Ja, cool. Und die Stange da übersprungen. Schlitter. Boah. Mein Gott. Und jetzt zieh dich da mal hoch. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Koffer eingesammelt? Nö, ne? Sind so doof im Koffer zu sammeln. Ich bin so doof im Koffer zu sammeln. Mein Gott. Kann der nicht mehr hier speichern. Okay, bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich sagen, ciao, ne? Okay. Okay.